Ein neuer Film von Dennis, Jelis wird sterben. Sie ist gerade auf einer flachen Welt in Hardcore. Das ist Jelis. Sie ist gerade nicht so nett, aber es geht. Sie ist meine Schwester und ich werde wissen, dass sie abpacken wird. Bei Hardcore braucht man Sachen. Sachen, die man braucht. Jelis hat gar nichts. Jelis, irgendwas ist gerade geplatzt. Oh, die hat auf Game... Jelis ist gerade gestorben. Sie ist gestorben und... Ja, hier steht mein Name. Dennis Helmster ist gerade weg. Also sie ist gestorben. Das war's.